Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Cindy Bordin. Ich bin die hauptamtliche Organisatorin hier vom Meller Triathlon. Mittlerweile haben wir hier unseren 27. Volkstriathlon, den wir vom SC Melle 03 ausrichten. Das Wetter hätten wir uns ein bisschen netter erwartet, aber gut, damit muss man leben, wenn man draußen was veranstaltet. Ansonsten haben wir uns sehr gefreut über den großen Zuspruch, die großen Teilnehmerzahlen. Wir hatten jetzt im Vorfeld über 250 Anmeldungen für die Einzelstarter. Das ist absoluter Teilnehmerrekord für uns. Und auch im Bereich der Staffeln bekommen wir sicherlich wieder so um die 30 Starter oder Mannschaften an den Start. Das heißt, insgesamt können wir sicherlich bei diesem Sportevent um die 350, 400 Leute erfreuen. Wer sich mit Triathlon nicht so auskennt, noch nicht so genau, weiß, was das ist, auch wenn wir mittlerweile olympisch sind. Das heißt, man fängt an mit Schwimmen. Das sind in Melle 400 Meter. Anschließend geht es auf die Radstrecke. Hier 16 Kilometer. Und zum Schluss noch das Laufen. 5 Kilometer schön Richtung Meller Berge. Ansonsten befindet sich mit der Niedlung. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020